Hallo und es kommt zu einer weiteren Folge Paladins, schön dass ihr englisch schaltet habt So, ich nehme... Wem nehme ich jetzt eigentlich? Das ist nicht so ein kleiner Troll, das hat der hier So Jetzt habe ich den Panzer So soll es sein, so soll es sein So, jetzt habe ich den coolen, coolen Panzer Gut Ist es übrigens schon wieder nicht ready? Dimbos Dimbos ist schon wieder nicht ready Oh man Oh man Das kann ich nicht sagen Dimbos 2016 ist nicht ready So, wie lange lädt der noch? Fisch macht Blau ist rot Und ich habe mal diesen Roboter Dieser Ruckus Ist ja übrigens jetzt für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben Wochenende, da kann man einfach mal alle... Ich sage jetzt einfach mal Operator Kann man einfach alle spielen Oh, das ist geil Was läuft mit der Maschine falsch? Was läuft mit der Maschine falsch? Wir gehen zu Heiligen Wir gehen zu Heiligen Boah ist das geil Nein Are we? Na 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 Okay, aber das macht richtig Abzug Richtig krass Damage in der Zelle Krass Richtig krass Komm schon Richtig krass Richtig krass Komm schon Okay, ich schalte immer ein bisschen auf Nahkampf Sorry, wenn ich nicht zu viel reden kann, ich bin hier gerade ein bisschen konzentriert Ja gut, jetzt bin ich mal da angegangen So, aber der ist richtig cool Dann, der einfach gar keine Perks hat Ich glaube die Leute wissen halt noch gar nicht richtig was es ist Am Anfang war nicht alles ausgebildet Bevor ich einfach sterbe, mache ich dann Deckel drauf So, ich habe noch ein bisschen auf So, ich habe noch ein bisschen auf Ja, ich habe noch ein bisschen auf Krass Krass Die muss vorne nach vorne laufen Wow, die ist wirklich krass die Spezialfähigkeit ist krass die die in den Wagen einfach fast gar nicht bewegen können der Bombentyp möchte ich dann auch noch spielen hier soll relativ noch cool sein gut das ist halt eben niemals eine Sache eigentlich ist kein Operator richtig cool aber man sollte halt spielen können damit wir gehen auf die Offensive so Mach schnell einfach bitte. Na kommst du wieder? Was ist los? Die haben alle ab, hab ich gemerkt. Jetzt bräuchte ich die Spezialfähigkeit. So... ... 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 die diesen Schlangen Spieler also nicht gespielt sobald ist der Charakter hat gar nicht gern irgendwie aber neuer ja kann ich heute sterben komm schon yes ja ja gut ich sage zu tun Lauf doch mal, ist gut oder so. Falsch eingesetzt, aber egal. Oh mein Gott, lol, ist ja krass, wenn ich die Spezialfähigkeit habe von der, sag jetzt muss man langen, aber ich weiß krass. Okay, lol. Was ist das passiert? Krass. 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 Haha, gegen mich geht gar nichts. Ich müsste mich mal kurz älteren. So. Komm schon, ach, das ist unsagut. Ah, ich werde alles von allem beschossen. Ich weiß nicht, wie lange Leute. Ich bin aber auch alleine wieder. Ja, der Antidote. Was macht der andere? Der steigt dort noch rum. Übrigens, Tränke zu nehmen, Doritos. Brauche ich kurz ein, Leute. Hallo. Was? Wow. Das ist ja richtig krank. Oh Mann. 3-3. Noch eine Runde. Das ist ein Gym. Wenn wir den Wagen spawnen, oder die den Wagen spawnen, das könnte ich nur so sehen, dann haben wir gewonnen. Weil, immer wenn man den Wagen spawnt, kriegt man einen Punkt. Und wenn man den Wagen in die Arena bringt, kriegt man auch nochmal einen Punkt. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Punkt, den wir gewinnen. Die anderen haben wir auch. Das müssen wir alles geben. Jetzt geht das Battle vermutlich noch nicht mehr so lang. Vielleicht wird es mir noch ein. Nein! Wuuah! Bist du wirklich gegen mich geänzelt? Ja, das würde ich vielleicht mal abraten. So. So. Die ersten Schritte, habe ich ihn gesehen. Was? Die Schütte haben verloren. Naja, nicht schlimm. In diesem Sinne, meine Freunde, würde ich uns verabschieden. Wenn es noch verloren hat mit dieser Runde Paladins, dann lass mal einen Daumen nach oben da. Schreibt den nächsten Kommentar. Aber nicht vergessen. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.